Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge FischkopfTV, hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Haarstone im, ja, noch aktuellen Tavern Brawl. Bei mir ist gerade Sonntag, das heißt, ab morgen ist der nicht mehr da und ich habe eine Quest, die sagt, gewinne 5 Tavern Brawls. Davon habe ich schon einen gewonnen und wir werden jetzt diese Folge so lange spielen, bis wir diese Quest gelöst haben. Naja, und weil der Tavern Brawl ja auch so geil ist und ich den sehr vermissen werde, dachte ich mir, kann man ja auch mal eine längere Folge machen, oder nicht? Warum nicht? Lass uns mehr spielen, denn da kann man Sachen machen, das ist im Moment der Plan und los geht's, meine lieben Freunde. So, ich hätte gerne, dass sehr, sehr lustige Sachen passieren und wir müssen jetzt genau viermal gewinnen. Das heißt, es kann sein, dass wir 5, 6 Spiele machen. Oder mehr. Oder auch 12, rein theoretisch jetzt, ne. Es ist natürlich, mein krasser, mega, super Skill des Todes wird das natürlich verhindern. Es sieht aber ein bisschen so aus, als wenn das Spiel gerade so ein bisschen lenken würde. Schon im Menü ist mir das aufgefallen, mit meinem Adlerauge. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist, wir schaffen das. Wir kommen da durch. Ja, es ist ja eine reine, es ist ja auch eine reine technische Frage, die wir jetzt mal beiseite tun und jetzt mal richtig geile Sachen machen. Jetzt machen wir mal richtig geile Sachen, okay? Jetzt haben wir mal auch richtig Glück und so. Aaron Jesus, hab ich schon eingeladen, da sitzt du neben uns. Hallo, hallo Aaron Jesus, wie geht's dir denn so? Ja, hallo, 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 geht ganz gut, ne? Ah, Aaron Jesus, du klingst aber lustig. Ähm, ist irgendwas los? Ist irgendwas, weiß ich, in deinem Privatleben oder so? Du kannst uns alles erzählen. Alles, alles, alles gut. Ich sitz immer so ein bisschen, guck mal zu. Aaron Jesus, du, äh, du bist ja gut drauf, heute. Na, ist egal, ich muss jetzt hier mal spielen. Guck mal, wir haben auch nix hier. Ähm, die kostet gerade sieben, kann ich nicht spielen. Und Fireball, Fireball kostet eins. Könnte man spielen, ist aber dämlich. Jetzt, äh, können wir nix machen, Aaron Jesus, warum nicht? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, das war ja irgendwie nicht meine Idee. Ich kann ja nix dafür jetzt. Aaron Jesus, verpiss dich, du Arsch. Okay? Da hinten ist die Tür. Ähm, ich will nie wieder was von dir hören. Außer, wenn ich dich wieder brauche. Dann, äh, rufe ich dich an. Tschüss. Ja, ähm, ja gut, äh, schüss dann. So, jetzt können wir hier auch wieder richtig spielen. Ähm, das Problem ist, der Gegner konnte Sachen machen und wir nicht. Ähm, jetzt ist das Aaron Jesus weg. Scheiße. Äh, gut. Spielen wir halt irgendwas, ne? Das hier zum Beispiel. Es hat nämlich drei, drei, fünf... Oh! Warte mal, Gain Spell Damage. Ohohoho. Okay, ja, das ist, ist... Das Ding ist, den Dalaran Spirit, den spielt halt keiner. Deswegen kam er mir so ganz komisch vor. Ähm, ist aber okay. Jetzt können wir eine richtig geile Waffe. Das ist die schlechteste Waffe, die man kriegen kann. Und seine ist jetzt... Ja, ist jetzt auch nicht... Ist jetzt auch nicht die beste Waffe der Welt, ne? Tja, schade, dass Aaron Jesus gerade weg ist. Sonst hätten wir mal mit ihm darüber reden können, was er sich dabei gedacht hat, dass wir... Ach, du Scheiße. Das ist jetzt nicht... Da hat er noch ein Upgrade auf der Hand. Er hatte fucking Blinkt schon und ein Upgrade auf der Hand. Wollt ihr mich... Aaron Jesus, komm zurück, du Nacken! Das ist okay. Shh. Shh. Wir schaffen das. Und nix, der wird jetzt sehr, sehr günstig sein. Und nix... Ach, come on. Yes, weh, gie, gie, gie. Okay. Wir machen es jetzt so. Wir machen... Wir machen das jetzt so. Wollen wir... Hm. Sollen wir den mal töten hier? Oha, Bram, guckt zu. Scheiße. Äh. Können wir ihn mal schreiben? Äh. So, der will mir schon nur eine Packung abgraben. Der Bram. Er ist okay. Ist ja auch eine super, super, super Sonder-Special-Folge. Ähm, da kann man ja auch mal Special-Gäste einfach mal hier so, äh, zeigen. Aber auch nur in Schriftform, ne? So. Äh. Jetzt, jetzt, äh, jetzt fährt er noch mal hoch auf. Oh, guck mal, jetzt ist er, jetzt ist er auch nixier günstiger geworden. Das ist sehr, sehr gut. Alex Trascha kostet allerdings auch nur vier Mana, ne? Es ist ne Überlegung wert. Es ist ne Überlegung wert. Ja, das Ding ist, die Sechs-Dreier-Rin hier. Oh. Warte mal, ich muss mir hier mal herzlos schicken. So. Ähm, ich glaube, wir machen das jetzt aber anders, ne? Wir machen das so. Wir, 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 wir verscharfen das Ding. Wir können hier das Biest töten, wusste ich. Und gehen auf Face. So. Wenn er jetzt, wenn er jetzt diese komplett useless Legendary-Karte, wenn er, wenn er die jetzt mit der Waffe tötet, dann ist das gut für uns. Ich meine, er muss dann sechs Schaden nehmen. Gut, er, okay, ja gut, nicht so richtig, weil er hat ja eben, wie heißt die nochmal? Trueheart, ne? Trueheart. Justica Trueheart gespielt. Ähm, wir sind ganz schön am Arsch. Jetzt müssen wir mal gucken, was Alex, ach, guck mal, Alex Trascha ist jetzt auch immer, es ist gut. Alex Trascha hat immer noch einen guten Preis. Und diese Waffe, die so useless ist, die ist immer noch useless. Aber immerhin können wir irgendwelche Sachen machen. Und es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Hier kann so viel passieren, Leute. Es kann so viel passieren in diesem Camera Brawl. Ich frage mich, wie lange die Folge jetzt eigentlich geworden ist. Ihr wisst das ja, wenn ihr jetzt auf diese Folge geklickt habt, dann habt ihr ja vorher gesehen, wie lange die ist. Und ihr könnt auch jetzt einfach so unten gucken, ah ja, jetzt ist noch so und so lange bei ihm. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt auf seit 5 Minuten, fast 6. Und es kann auch alles, es können 40 Minuten werden, es können 30 Minuten, es können 60 Minuten werden. Das ist total aufregend. Aber wenn der Plan aufgegangen ist, kommt heute auch noch eine normale Hearthstone-Folge. Irgendwelche Leute fanden das irgendwie nicht so gut, dass es jetzt nur an Tevin Brawl kam. Was ich ein bisschen verstehe. Oh! Onyxia! Du kleine Bitch. Okay, warte. Weil, so, warte mal. Wir können ja so das komplette Board klären, ne? Wir können ja so das komplette Board klären. Ne, können wir nicht das ganze Board. Aber wir können sowas machen. Und dann machen wir hier sowas. Und jetzt ist die Frage, ob wir erst Razor for Thunder spielen oder direkt Onyxia. Und mit der das Board voll machen, ich... Das war dämlich. Das war richtig dämlich. Wieso habe ich denn den nicht mit... Ups! Oh mein Gott, den hätte ich mit der Waffe und mit meiner Heldenkraft töten können. Und den hier hätte ich dann auch wegmachen können. Aber nein! Aber, 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 aber nein! Aber, aber, aber nein! So, Board voll. Zack! Zack! So, Freundchen! Jetzt spiel mal lieber ein Brawl. Oh Gott, das war so schlecht. Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich war ein bisschen abgelenkt von meinem dämlichen Gelaber über die Länge der Folge. Das ist auch manchmal albern, ne? Ach, Varian! Für vier Mana. Hallöchen, ne? Und jetzt, äh, liegt da noch ein paar Legendaries aufs Board, die... Okay, sehr gut für mich. Äh, okay. Für mich. Cool! Und er hat noch eine Karte gezogen. Das war eine der besten Varian Rinse des Gegners, die man hätte haben können. Das freut mich. Das freut mich! Haben wir eigentlich Liesl, wenn wir jetzt, wenn wir noch alles behalten? Warte mal, 8 plus 8. Äh, 16, äh, 18, 19, 20, 21, 21, 23. Ich glaub, wir haben gewonnen! Oder hat er doch noch einen Brawl für zwei Mana Charge? Ah! Fuck! Okay, wir haben aber jetzt kein Liesl mehr, ne? 10? Warte mal, 10? Jetzt zündet er das Ding noch. Also, wir haben 10, 11, 12, 13. Das ist kein Liesl, mein Freund! Das ist kein Liesl, mein Freund! Was lernen wir da raus? Wir wollen gerne... Wir wollen gerne... Wir wollen gerne das Board so weit kieren. Weil... Wir können ja immer noch Sachen machen dann. So, er kann sich jetzt auf 10 Leben bringen. Mit seiner scheiß verdoppelten Heldenkraft. Das ist aber auch in Ordnung für mich. Ähm, hat er ein Execute... Hat er ein... Whirlwind? Wäre auch sehr gut. Für ihn. Oder ist es vielleicht unser erster Sieg? Oh, sch... Nicht so schlimm. Ja. Ich glaube, er macht einfach nur noch... Okay. Yes! 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 Erster Sieg. Okay, das wird eine ganz, ganz kurze Folge. Guck mal! Guck mal hier! 5 Heaven Broids, 20 Millions, die kosten mehr als 5 oder was. Und noch irgendwas. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, Leute. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Also. Ähm, 2 Games mit Mage oder Charmaine. 20 Millions, die 5 oder mehr kosten. Und noch jetzt 3 übrige Heaven Broids. Ähm, es ist, es ist, es ist eine richtig gute Sache. Was ich nicht tun werde, ist... Den Schamanen spielen. Ich finde, der Schamane ist in diesem Heaven Broil einfach sehr, sehr useless. Ähm, falls ihr eine andere Meinung seid, könnt ihr das gerne unter dieses... Wer weiß, wie lange ein Video schreiben. Hm, ich hab ja keine Ahnung, wie lange es ist. Es ist so ein... Es ist so ein, äh... Es ist, äh, eine Hoch- und Runterfahrt, ne? Auf und ab. Ein Geben, ein Nehmen, ein Hoch, ein Runter. Ein Plus, ein Minus. Ein Spaß, ein Wals. Ein Warm, ein Kalt. Ein Rein, ein Raus. Ups! Ne. Alles gut. Ähm. Oh, äh, ach, wer ist das denn? Äh, RNGs, was machst du denn hier? Äh, ja, ich, äh, ich hab meinen Schlüssel vergessen. Ähm. Ah, da sind sie, alles klar. Äh, schon gut, tschüss. Ach. Geht er wieder. Der dreckige... Was? Nee. Nee, ich hab, äh, nee, du kannst gehen. Ich hab... Achso, warte mal. Ich muss nochmal hier Sachen machen. Ähm. Duplicate kann weg. Wollen wir die behalten? Ich weiß es nicht. Ist das eigentlich... Äh, pff. Wir machen einfach irgendwas. Ich hab jetzt irgendwie... Arrange, kannst du mal bitte jetzt gehen? Ich hab keine Lust mehr, deine Fresse hier zu sehen. Äh, ja, ähm, ja, sorry. Äh, ich wollte nur fragen, morgen steht das noch, oder? Ja, wir... Ja, morgen steht noch. Äh, okay, dann, ähm, dann grüßtchen, ne? Tschüss. Vogel. Okay. Ähm. Sorcerous Apprentice für einen Mana kann man machen. Kann man machen. Wir könnten daraus noch ein Polymorph... Also ein Boa machen. Polymorphen. Aber das machen wir jetzt nicht. Das hat nur null Mana gekostet, ne? Das ist nicht so viel. Ich glaube, wir hätten die Imp-Masterin coinen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Die kostet jetzt immer noch zwei. Ha. Okay, so toll ist das auch nicht. Oder? Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das jetzt hier für ein... Okay. Was ist das? Ist das ein Avenge? Ist das ein Avenge? Wollen wir... Achtung. Ich mach was richtig krasses. Yes. Yes. Oh, das ist... War doch jetzt ganz... Das war doch jetzt gut. Oder nicht? War das dämlich? Ich hätte vielleicht behalten sollen den Polymorph... Boa. Für, äh... Defensive Zwecke? Oh oh Old Door Peacekeeper Das ist nicht schön, was da gerade passiert ist Oh 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 my god Oh my god, okay Der, okay Der, das war krass Das war krass Wir könnten jetzt, wir könnten jetzt noch Wir, pff Sowas machen Und wir hauen die da jetzt rein, einfach nur so Einfach, weil wir, ich weiß ich auch nicht Einfach, weil wir es konnten jetzt Und wir haben den Ronan draußen Für ein Mal haben wir den rausgehauen Und er hat vorher seinen Peacekeeper in unseren Bohr Geschossen Geschossen? Geschleudert, wollte ich sagen, ne Oh shit Nicht so schlimm Gibt Schlimmeres Hat kein Maler mehr Er geht face Völlig zu recht Ist das Ist, 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 ist das Ist das ein Ist das ein Avenge? Hätten wir das jetzt schon getestet? Habe ich irgendwas getötet? Ich weiß es nicht Es könnte ein Avenge sein, ne? Es könnte ein Avenge sein Komm, wir spielen jetzt den Tessel hier Kriegt er auch einen Zauber Aber auch wie Oh, Frost Nova, cool Äh, guck mal hier Ist das jetzt ein Avenge? Wenn ja Ja, dann ist das jetzt nicht so schlimm Weil wir noch den 7-7 da übrig haben Das ist total in Ordnung für uns Es ist Könnte besser sein Aber ist es jetzt halt nicht Baron Gannon Okay Ist das jetzt hier ein Ist, ich möchte gerne testen Ob das ein Ne, ist es nicht Ob das Was wollte ich hier? Noble Sacrifice testen, ne? Ist okay Wir können hier einfach Ganz in Ruhe Sowas machen Es ist Es läuft immer noch ganz gut Und Ihr wisst ja Wenn Ronin stirbt Ist jetzt auch nicht Zwar nicht so schön Aber wir kriegen drei Arcane Missiles dafür Arcane Missiles Und mit dem Mit dem Mit dem Spell Damage Den ich hier gerade noch sehe Fast übersehen hätte Oh, Shit Von Bolvar Ja Es, äh Ja, ihr wisst was das heißt Ihr wisst was das heißt Wir hauen den so rein, ne? Ach, guck mal hier Ach, guck mal hier Wer ist das denn? So, dann machen wir sowas Dann kriegen wir unsere Dann kriegen wir die Kollegen Und jetzt wird geschossen Woo 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 Jeder davon macht fünf Schaden Das hat immer jetzt Fünfzehn Random Schaden Woo 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 Oh, das macht Spaß Das würde ich gerne häufiger machen Und Klar durch Und Tschüss Ha, 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 ha Bist du doch der Ronin mit einem Mana? Das waren doch Zeiten, du Das war doch Zeiten Haben wir gerade gewonnen In Runde sechs Sieht ganz danach aus Ha, 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 ha Und wir haben den Dragon Ding Mechanic gekriegt Und wir haben das Gold gekriegt Für Mage und Shamanas Das heißt, wir könnten jetzt auch ein anderes Deck spielen Ist für mich okay Wir wollen gerne noch mehr Minions haben Die mehr als fünf kosten Wobei das in dem Tavern Brawl natürlich schwierig ist Weil wir gewinnen immer so früh Ähm, wie viel müssen wir jetzt noch gewinnen? Zwei Stück nur? Stimmt, okay Dann wird die Folge gar nicht so lang Außer wir verlieren jetzt, kann natürlich passieren, glaube ich aber nicht Paladin hätte ich Bock Ich hätte Paladin, hätte ich richtig Bock Was hätten wir noch Bock Warlock vielleicht Warlock vielleicht, ne, aber Paladin habe ich richtig Bock Paladin habe ich richtig Bock Ey, er ist richtig Bock Ey, lass mal richtig Paladin spielen jetzt, so Geht los Ja, und bei euch so Viele Leute mögen den Tavern Brawl Viele Leute mögen den Tavern Brawl nicht Das finde ich traurig Ich mag ihn sehr, sehr gerne, es ist ein guter Tavern Brawl Es ist ein guter Tavern Brawl, Leute Ich sag, ich sag ja bloß Ach, guck mal, eine an Direkt zwei Legendaries Auf der Hand Wir lassen das genau so, die könnten ja jetzt auch billiger werden Hammer of Wrath kann man immer noch spielen, dann vielleicht Okay, oh, das ist nicht gut Ice Rager Könnte nichts machen, das ist natürlich Das ist nicht schön Und der ETC ist gar nicht so gut Ich meine, die Die Effekte und die Animationen sind ja total schön Und hübsch und gut und schön Und hübsch und so Aber Das macht nichts So, was ist jetzt Hier, Hammer of Wrath Für den 4-1er oder was? Können wir nicht spielen Kostet drei Mana Jetzt müssen wir sowas machen, ne? Oh, 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 yeah Summon a random hard warrior Random hard warrior Oh, das können viele Sachen sein Hard warrior, warrior Äh, sind halt meistens irgendwelche Orks, ne? Irgendwelche hässlichen, komischen, stinkenden Orks Ähm Cool wäre, wenn wir dann taunt Kriegen vielleicht Da gibt's ja diesen Wie heißt der? Äh, Shieldmeister Es ist, es ist, es ist, glaube ich Ein Horde-Mitglied Ich bin ja kein WoW-Spieler Aber ihr schon, ihr wisst das Da kommt der Clockwork Giant für drei Mana Cool Das ist doch angenehm, oder nicht? Ähm Oh, dann spielen wir doch hier, äh Den, oder was? Es, es bringt nicht so viel Wir könnten, warte mal Wir könnten den loswerden jetzt Ziehen doch nur eine Karte dafür Es war jetzt nicht so teuer, was wir gemacht haben Ähm Rest of 4 health To your hero in Gain to attack Das ist auch gar nicht so schlecht Und den hier vielleicht loszuwerden, oder? Was meint ihr? Ich mein, pff Ist doch cool, oder nicht? Ist doch cool, oder nicht? Machen wir den weg So Wir haben Molten Giant auf der Hand Das ist krass Schade, dass wir jetzt den quasi nicht gut spielen konnten Weil der wäre jetzt auch nicht schlecht Ach, du Scheiße Justicert who hard Und jetzt macht der Das habe ich auch noch nie gesehen, ne? Das ist jetzt auch eine Premiere hier Äh, der holt sich jetzt, äh, äh Schwerder mit zwei Schaden, oder was? Zwei, zwei, zwei haben die Okay, ist okay Ist okay für mich Ähm, schade, dass wir den Molten Knight nicht spielen können Also zusammen mit der Helden Power Das ist mir jetzt, aber das soll mir dann auch egal sein Dann müssen wir so was machen hier Das ist ja ganz toll Na, das ist ja aber ganz toll Dann spielen wir Dutte und spielen wir Dutte hier Dann gucken wir mal, was passiert Dann gucken wir mal, was passiert Jetzt bin ich gespannt Jetzt spielt er bestimmt irgendwas krasses Weil es halt so schön günstig ist Ich liebe diesen Tabern Brawl Ich finde die grandios Ich wünsche, ich hätte mehr davon gespielt Ich hatte vor Vorgestern oder so Vor vorgestern Ist ja für euch auch egal Weil das Video kommt ja auch Ups Kommt ja auch an dem anderen Tag Ähm Hatte ich einen Stream begonnen Und auch mit Aufnahme Und erst mal den Rechner wieder eingefroren Und also, was ich vorher immer Abstürzen genannt habe Jetzt bin ich den Molten Giant Fuck you Ja, und das kam übrigens nicht davon Dass irgendwie der überhitzt ist oder so Ich hatte ja zwischendurch sogar mal Den Staub rausgeholt und so Sondern, nee, nee Das lach wohl anscheinend Daran, dass ich auf das Systemfestplatte Zu wenig Speicherplatz hatte Nämlich unter 5 GB Dann ist Kacke Salat Wurde mir gesagt Ähm, was machen wir jetzt? Er wird den jetzt aktivieren An dem 1-1er hier Mit dem da reinhauen Und dann haben wir halt King Muggler Aber wenn wir jetzt King Muggler spielen Dann hat er halt Bananen Die er da irgendwo aufhaut Okay, machen wir jetzt trotzdem Wir machen das jetzt trotzdem Er hat jetzt 8 Karten Wir können ihn ja millen Nee Ich weiß nicht, ob Muggler jetzt nicht Sogar ein bisschen dämlich war Ich glaube, Muggler war jetzt keine gute Idee Es ist Es war nicht so schlau Glaube ich, oder? Eine Banane Zwei Bananen drauf Dein Murdoch-Dings töten vielleicht Und dann die Justica Trueheart In den Muggler rein Tja Das ist gar nicht mal so schlecht Jetzt hat die auch noch sieben Ah, la, la, la Oh, good face Weil er jetzt noch was spielt Weil er jetzt noch Oh, shit Okay, er kann die Heldenkraft aber nicht noch mehr aufbessern Nee, nee Nee, nee Nee, nee, die bleibt ja 2-2 Okay Okay Ähm, wenn du jetzt aber kein Follow-up hast Dann stürmen ja trotzdem beide, ne? Oh, jetzt wird's spannend Konzil Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay, das ist nicht cool Das, Kollege, ist nicht cool Jetzt müssen wir einfach viel gefährliches Zeug spielen Ach, den hab ich ja gar nicht gesehen Guck mal, den müssen wir auch noch mal töten hier So Jetzt haben wir da ziemlich viel gefährliches Zeug auf dem Board Er muss sich jetzt drum kümmern Er hat nämlich nicht Lidl Außer er spielt irgendwas krasses Was ich Hat er irgendwie vielleicht doch noch das Tinkers Oil Oder das heißt Er geht face Er geht face Weil Warum denn? Weil er sich so sicher fühlt Dass er jetzt Okay, dann mal extra Es ist eine ganz gute Möglichkeit Hier mit Sachen umzugehen Tatsächlich Au, äh Okay, ja, ist ja gut Oder hat er jetzt noch irgendwas Alter, nicht dein Ernst Das ist jetzt nicht dein Ernst, Kollege Oh, okay Okay, wir können nichts machen Leute, wir können nicht Was soll man denn machen? Wir können nichts machen Zack Zack Oh Aber er gewinnt trotzdem Weil er zuerst den Schaden macht Wir haben jetzt Eifer und Ei draußen, Leute Das bedeutet, der gleiche Schaden Den er mir jetzt macht Meinen Helden Den kriegt er jetzt auch auf die Schnauze Aber ich glaube, er gewinnt trotzdem Ähm Falls ihr das noch niemals gesehen habt In euren Leben Ich hab's auch noch nicht gesehen live Deswegen, es bleibt spannend Es bleibt spannend Wie das jetzt genau aussieht gleich Ich vermute aber, wie gesagt Äh, oh Dass er einfach gewinnt Und dann ist hier vorbei Ach, ne Er kann natürlich vorher noch Es war, ja Das, äh Hat Sinn gemacht jetzt, ne Es ist, äh Schade Es, alter Jetzt kannst du mal irgendwie Oh, jetzt spielt er hier alle seine Ja, ist ja gut Ja, ich spiel noch ein 10-10er Van Cleef Und dann töte ich mich Okay, ich will auch noch Karten ziehen Yay Well played Fuck you Fuck you Ja, okay Lief ganz gut für ihn Sie Ihn Cholerica 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 Das ist wahrscheinlich ein Cholerica, ne Gut, kann man jetzt nichts machen Noch ein Paladin Für die Hosentasche Ne, wir müssen jetzt mal ganz kurz Auf den Warlock auswechseln Aus Ausweichen Ausweichen Ja, Quatsch Und jetzt machen wir nochmal Sachen Und Genau Und ich bin sehr gespannt Ich glaube, diesmal wird alles besser Wir müssen jetzt noch zweimal den Tavern Brau gewinnen, ne Für die Quest Und wir müssen mal jetzt Mehr Sachen spielen, die teuer sind Das wäre auch sehr, sehr gut Vor Doomhammer So, den behalte ich jetzt Und ich behalte alles Und wenn der Wenn der Kodurider jetzt sehr wenig kosten könnte Das wäre für mich ein Das 4 ist 4 ist noch zu viel 4 ist noch zu viel Das ist schade Aber der Der Mal gegenüber spielt Und schon mal Ich meine In dem einen Video Da Hatte ich ja Da hat ja der Gegner direkt Nach ein, zwei Zügen Irgendwie surrendered Nach dem, was ich da gespielt habe Als Ah, shit Als Schamane Ja, das ist jetzt auch nicht schlecht Auf Zug 2 Würde ich mal behaupten Ist das ein Dämon zufällig? Leider, nein Wir spielen ein Ei Wir spielen ein Ei Und kriegen gleich richtig auf die Schnauze Jetzt von seinem scheiß Neptulon Ja Könnte ein kurzes Spiel werden Freunde Guck mal, ich kann hier nichts spielen Ich kann nichts spielen Ich kann nichts spielen Drei Mana Oh, wir könnten Oh, warte mal Das ist kein Dämon Wusste ich Ich wusste das Ähm, wäre cool Wenn wir gleich was spielen könnten In the Grand Ja, natürlich auch Hast du noch eine Legendary vielleicht Wusste noch eine Legendary spielt vielleicht Oh, ist doch eh nicht gut, ne Ist doch eh nicht gut Direkt alles ausgespielt Alles ausgespielt So Ähm, 99er ist das hier Können wir nicht spielen Was wir machen können ist Deal for Damage Können wir da noch was anderes spielen Was drei Es ist nicht so cool Gerade Alles hier Neptulon töten Können wir machen Äh Das ist Machen wir erstmal sowas hier Erstmal kann man sowas machen Dann gewinnt er schon mal nicht den Joust Das ist schon mal sehr, sehr gut Und dann Vielleicht Sowas Es war nicht so stau, glaube ich Aber immerhin konnten wir da jetzt noch ein bisschen Leben wegnehmen Das war dumm Ja Wenn, dann hätten wir das auf den Kollegen hier spielen sollen Ah Es ist der Fischkrupp, ne Der ist halt nicht so schlau Der ist halt nicht so schlau Er ist nicht klug Das wissen wir genau Aber guck mal hier Äh, die Kodorider, die ich dann gleich vielleicht En masse produziere Die haben ja drei Angriff Deswegen habe ich es gemacht Und er geht Oh Ich habe nur noch Oh Ich habe nur noch acht Oh Nur noch acht Leben Das ist nicht so gut Und der hier kostet fünf Das ist richtig scheiße Oh Buh Buh Ähm Zwei Drei Zehn Das hier sind schon drei Zehn Er müsste aber noch eins Er muss so ein Diener Ja, wir sind tot Ja Ja, Kollege Wir sind tot Vielleicht merkt er es nicht Vielleicht merkt er es nicht Vielleicht versucht er ja Vielleicht versucht er ja Erst das Board zu klären Aber er hat lethal Er hat lethal Er hat lethal Achtung Ja Und Ja, jetzt spielt er noch vorher Alle seine Karten aus Die noch nicht mehr lustig sind Warum spielst du Murloc Und dann noch einen Du hast Oh, okay Jetzt verstehe ich es Ist ja gut Toll Wieso hat er Passende Mörderkarten Ist okay Wir haben eine neue Quest Wieso kommt so schnell eine neue Quest Okay Fünf Fünf Spiele mit einem Paladin oder Priester Ihr wisst, was das heißt Wir spielen jetzt erstmal einen Priester In dieser Folge Die auf jeden Fall über 30 Minuten geht Das weiß ich nämlich schon Weil wir sind jetzt bei 28 Und Das bedeutet Wir schaffen Mindestens noch 30 Ich glaub Ich glaub sogar Wir werden die 45 knacken Und Das wäre gut Ich persönlich gucke Mir Haas und Folgen gerne an Äh, gerne an Wenn sie länger sind Als 50 Minuten Ich finde das besser Wir spielen gegen einen goldenen Priester Yay Kima Volgen Können wir doch direkt behalten Shadow at Death Yo Ähm Wir werden Wir werden halt niemals Einen Drachen auf der Hand haben Aber Das finde ich nicht schlimm Wir können immerhin irgendwas spielen Was 1-4 hat Gleich am Anfang Und das ist gut Aber wir spielen gegen einen goldenen Priester Und der hat die Ninja Karten Die Ninja Kartenrückengeschichte Ist das die? Ne Das ist ja eine andere Ach warte mal Ist das nicht die von Medivh oder so? Ich weiß es gerade nicht Hat er gerade Mindvision gespielt? Du Kacknacken Lalo Okay, das hier finde ich cool Hoffentlich bleibt das ein, zwei Runden leben Denn jede Karte, die wir ziehen Damit Also solange das Ding auf dem Board ist Jede Karte wird dadurch einen billiger Und guck mal hier Guck mal, wer ist das denn? Ist die jetzt schon billiger geworden? Okay So, der muss weg Tschüss Und Klar durch Ja, es ist halt Manchmal hat man doch ein bisschen Glück Manchmal denkt man so Man hat irgendwie Man hat kein Glück Und dann Oh mein Gott Okay Ich weiß gar nicht Ob wir die 35 Minuten überhaupt Ob wir überhaupt knacken, Leute Wenn wir jetzt noch Wenn wir jetzt noch einen haben Der direkt surrendert Dann ist die Folge vorbei, Leute Da bin ich eiskalt Ja, es gab eine Ansage am Anfang Und die werde ich auch eiskalt durchziehen Ja, sobald wir diese Quest geschafft haben Ist diese Folge am Ende Und ey Wenn das jetzt auch so ein kurzes Ding wird Dann wird die Folge gar nicht besonders lang Dann wird es eine ganz normale Folge Die so ein bisschen länger ist Ein bisschen Beben Wie man bei uns oben sagt Beben länger, du Beben länger Das kann man machen Dann muss man nicht Okay Okay Konzentriere dich mal Put a copy of the enemy minion into your hand Ähm Finde ich gar nicht so geil Aber könnte lustig werden Das auch Das auch Aber das spielen wir mal noch nicht Oder doch Oh, wir spielen es doch Wir spielen alle diese komischen Karten Weil sie so lustig werden könnten Wenn man daraus irgendwas Lustiges zaubern kann Es Ist Alles Wenn wir reicht Ist möglich Guck mal Wenn wir jetzt Ach shit Schade Gegen Control of a Fucker Ähm Der kostet einen Moner, ne? Den könnten wir dann auch ausspielen, du Den könnten wir dann auch ausspielen, du Dann könnten wir irgendwas machen Und wir hauen den Ragnar raus auf der Hand Ich glaube, der wird bald kommen Wupp Wupp Haha Yes Das war sehr gut gespielt Echt Aber Wir sind ja nicht hier, um zu gewinnen Naja doch Mh Okay Dann war es halt schlecht gespielt Pff Mann, ey Weiß Champion? Was ist das denn? Was ist das denn? Silence and Demon Achso, die Karte, die kann den Spruch Hahaha Oh Gott Okay Wer hat sich diesen Kartentext ausgedacht? Der Könnte eins sein, ne? Guck mal, was wir für geile Legendaries hier haben Aber er auch Okay Wir gucken, ob es Mirror Entity ist Yes Und der Kollege direkt hinterher Bam Hahaha So Antonidas töten, bitte Danke Als wenn ich es könnte, ne? Als wenn ich das könnte Es Ich kann das auch Ähm Das wissen die meisten nicht Ich kann Ragnaröste steuern Manchmal tue ich so Jetzt wenn die noch RNG benutzen Manchmal Lass ich dir auch was dämliches machen Damit das nicht direkt rauskommt Was ich kann Weil dann würde mich Blizzard nämlich Ähm Rausschmeißen Und bannen und so Also Okay Ähm Ja Jetzt haben wir aber ein Problem hier Es ist Äh Es ist nicht besser geworden Komm Komm Wir machen einfach hier ein bisschen Spaß Ja nicht den Ragnarösten Danke Ja hier noch ein bisschen was drauf Ja nee Nicht den Ragnarösten Brauchen wir es nicht Okay Okay das hätte jetzt Also man würde jetzt denken vielleicht Ne Es wäre jetzt vielleicht besser gewesen Wenn Wenn der Ragi jetzt Den Sludge Palscher getroffen hätte Aber wie gesagt Ne Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein Man muss immer ein bisschen Die Augen offen halten Ne Mal schön Schön geradeaus gucken Oder so ein bisschen schräg links Dann fällt das auch nicht auf Das ist okay So Die Frage ist Ist es Zeit für einen Barongadden Das ist eine berechtigte Frage Ich glaube noch nicht Ich glaube noch nicht Wuh Okay Und Nicht das Oh okay Ja Ja das wollte ich Leute Es ist Wir fahren direkt Direkt zu Auf das Folgenende Wir haben noch einen Barongadden Auf Auf Tash Flamewaker Okay Könnte Eventuell Sachen machen Aber ich glaube nicht Hat er jetzt noch einen Zauber parat Oder was Okay Aua Okay Auch nicht schön Es wird Barongadden Zeit War Es Es wird langsam Barongadden Zeit Hier Es ist Es ist Ist es Barongadden Zeit Ich glaube nicht Ich weiß nicht ob wir den jetzt Volginen hier Lass uns das mal machen Es ist okay Es ist okay Wir haben Board Es ist Nicht das Beste Es ist nicht kacke Wir können damit Sachen machen Okay Bringt er nicht ganz so viel Oh Holy moly Das ist nicht cool Und jetzt ist die Frage Ja Give me face Na wir töten den Damit Give me face Das riecht nach Sieg Riecht ein bisschen Riecht ein bisschen nach Sieg Ja Ähm Das Gute ist Dass jetzt unser Shade Äh Auf 3-3 ist Oh Hallo Schwestern Die sind nicht schlecht Aber das ist noch besser Schwing 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 Und tschüss Wusch Okay 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 Es war ein würdiges Ende Es hätte noch Es hätte noch spektakulärer sein können Wenn man es jetzt inszeniert hätte Ohne die Inszenierungsgeschichte War das doch Es war doch ganz schön Es war doch ganz schön 5 Heaven Brawls gewonnen Ja eins davon Nicht in dieser Folge Das tut mir wahnsinnig leid Aber so ist das Leben manchmal Ich fand es Es war eine schöne Folge Es ging hoch und runter Ähm Wir haben glaube ich Mehr gewonnen als verloren Das war auch sehr schön Wir sind mittlerweile bei 1200 Gold Da müssen wir mal schauen Was wir in Zukunft damit machen Ob wir damit viel Arena spielen Oder ob wir vielleicht Ähm Ein paar Packungen aufmachen Das ist alles möglich Das ist alles möglich Ich muss mal gucken Dass wir jetzt hier nochmal Ein bisschen an den Quests hier arbeiten Aber das werden wir wahrscheinlich dann tun Ähm In den normalen Hastrum Folgen Die jetzt erstmal wieder kommen Ähm Obwohl Mittwoch ist ja schon wieder Taiwan Brawl Es ist Es ist Es ist Ein Kombi Ein Game Ein Plus Ein Minus Mir hat es sehr viel Spaß gemacht Ich hoffe euch auch Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Das war euer Fischkoppel Bis dann und Tschüss Tschüss